Jetzt leg auch mal die hier. Vier selbstgebäude Schlagstäbe. Ich hab ein Stufe 6. Hattest du schon gesagt? Ich wollte noch mal damit angeben. Oh, mach doch. Ich bleib mit meinem Knochenmesser. Und Heidelbeer. Kann der mal was gucken? Stahl? Pfeilspitze aus Stahl. Das ist wahrscheinlich für die Stahlbolzen, ne? Da braucht man das. Stahlspeer. Stahlaxt. Ja, die hab ich in meinem anderen Spiel. Eine Stahlaxt. Die sieht ja geil aus. Ja, die hab ich dort. Das ist das Ding. Hier ist Stahlpfeil Munition. Die ist für. Schaden nachladen zurück zu halten, um zwischen Munitions-Team zu wechseln. Ist wahrscheinlich für den Bogen, oder? Für der Armbrust, oder? Sonst würde der Armbrust dahinter stehen, oder? Haben wir nicht solche Dinger in der Kiste? Das sind dann Stahlbolzen für Armbrust. Ach so. Das ist Stahlpfeil. Ich glaub Bolzen ist für Armbrust und Pfeil ist für... Bogen schießen, Ranger 4. Hier. Aber die kann ich nur an der Werkbank, wie es aussieht herstellen, ne? Von dem Zeichen her. Falls es hier Werkbank ist. Ähm, wie sah denn das aus wie ein Tisch? Ja. Ja, das sind die Werkbank. Ich nehm mir die Pfeile mal mit. Werkbank haben wir dort glaub ich, dachte ich. Ja, die ist unten. Im Keller hätte ich fast gesagt. Hier? Na, ist ja fast der Keller. Dann haben wir nämlich hier... Rezepte... Sprengpfeil. Aha. Und kein Zeichen, dass ich es nicht produzieren kann. Schießpulver, Klebeband... Kunststoff. Kunststoff haben wir da. Hm. Haben wir alles mögliche da? Ich gerade. Ich reparier hier grad noch. Jetzt. So. Was machst du? Kunststoff... Klebeband war es noch, ne? Kunststoff... Klebeband, ja. Dann muss ich mal Klebeband herstellen. Ja, deswegen versuche ich grad mal da in die Richtung was herzustellen. Schießpulver war es noch. Das war bei Munition mit drin. Da ist bei Munition drin. Das hier, ne? Schießpulver. Ich glaub das waren die Sachen, die ich brauch. Ich kann nämlich aus diesen Stahlspitzen noch Springpfeile herstellen. Und das... Und das... Und das... Naja, die können in den Graben zwar reinfallen, aber die graben sich dann durch. Also im schlimmsten Fall graben die sich dann von unten herein und kommen dann über unsere schöne Luke. Genau. Dann würden sie von unten kommen oder auch Springpfeile. Ja, also ich habe Schießpulver da, ich hab Kunststoff da und ich hab Pfeilspitzen da. Ich bräuchte jetzt 13 mal Klebeband. Du kannst ja Klebe und ich glaub Stoff setzen oder so, ne? Hab ich alles mitgenommen. Gut. Ich kann... Insgesamt könnte ich 51 mal Klebeband herstellen. Okay. Ich will aber das 13 mal jetzt. Ah, Mist! Bist du in mein Loch gefallen? Ja. Ich hab versucht außen rum zu laufen. So, stellen wir mal Klebeband her. Ich bin's neigierig. Ich geh mal gucken, ob der eine dort in dem Loch tot ist oder nicht. Ja, ich bin aber... Man kann auch diese... Man kann den graben, diesen Graben machen. Man kann da drin auch jetzt Fallen platzieren. Also auch so sich rotierende schneiden oder sowas. Dazu bräuchten wir aber Strom. So weit sind wir noch nicht. Aber ich kann's bald, ähm... Elektrische Pfeilen bald herstellen. Sprengpfeil. So, 13 Stück. Das sind meine. Ja, nimm ruhig. Flugzeug. 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 Wo? Dort hinten. Ich seh's. Du guckst. Du guckst. Bin ich auch in die Richtung, oder? So. Wir haben ne Zeit. Nehmen wir das Fahrrad. So. Bin bereit. Ich weiß nur wohin. Fahr einfach. Ja. Zombie. Ja. Bei Blutmund wär das ja praktisch rotierende Messer, aber... So. Ich seh's auch. Beim nächsten Blutmundzustand werden wir's nicht schaffen, das dann solche Falle noch aufzubauen. Ne. Und wir haben uns mit dem Thema noch gar nicht so befasst. Aber ich muss es ja auch erst mal erlernen. Dadurch, dass ich gestorben bin, hab ich hier jetzt ein bisschen Erfahrung wieder verloren. So, hier steig ich mal kurz. Und um die elektrischen Sachen dann herstellen zu können. Ah. Hier ist noch ein halber Baumstumpf. Ja, deswegen bin ich hier abgestiegen. Mist, durch den Nebel seh ich das nicht so richtig, wo ich hin muss. Da ist noch nichts drin. Fahrrad. Dort. Hier ist noch ein halber Baumstumpf. Brauch ich richtig? Äh, ungefähr ein Stück nach links könnte das noch sein. So neblig. Ich seh's wieder. Ach da, ich seh's. Bin gleich da. Gut, dann hast du's. Dann brauche ich ja gar nicht mehr so weit vorne, ne? Ne, dann kannst du vielleicht den halben Baumstumpf nochmal mitnehmen. Ja, guck dann gleich. Ich bin jetzt schon frei. Ich habe jetzt ja gerade noch einen Hasen. Hübsch. So. Jetzt guck mal, dass hier ein Zombie kommt. Ah, so sind zwei Hasen. So, die Kiste gehört sich halt. Mist. Ich muss das Fahrrad erstmal aufnehmen, damit er das liegen lassen wird am Mist jetzt. Ah, Wolf. Scheint schon mal bei dir, ne? Ne, war so ein halber Baumstumpf. Den wollte ich noch holen. Jetzt treffe ich diese Hasen nicht mehr. Was soll denn das? Jetzt ist der Bogen wirklich kaputt. Tot. Sehr gut. Und ich habe zwei Fahrradspunkte direkt. Fertigkeitspunkte. Boah. Es kann da nie wahr sein. Jetzt. Der erste. Der zweite. Geht doch. So. Oh. Du bist der Hase. Sehr. Das Fleisch hast du mitgenommen von dem schönen Wolf. Ja. Gut. 25 Fleisch hat er gegeben. Das ist gut. Ich habe auch nochmal 20 Fleisch. Ja, also bei Flugzeug bekommt man verschiedene Sachen. Das letzte Mal hatten wir Haufen Eintopf bekommen. Das war richtig cool. Haufen zu essen hat man dann. Deswegen, wenn dieses Geräusch des Flugzeugs kommt, sofort raus und sehen wo. Man kann den Sofa so einstellen, dass oben im Radar gezeigt wird, wo es landet. Das ist bei mir aber nicht so eng gestellt. Ich muss mal so klein. Ich bin hier mitten in der Pampa. Im Ring von Zombies. Ja, du solltest weiterfahren. Hier sind zu viele Zombies. Boah ey. Sechster habe ich jetzt schon gesehen. So. Wo bist du? So. Du bist an mir vorbeigefahren gerade. Achso. Das habe ich nicht gesehen. Da hast du gesagt, dass die sechs Zombies. Achso. Genau dort war ich. Einer davon. Ja, ich war kein Zombie. Ich war Mensch. So. Ich werde jetzt einfach mal hier mitnehmen. Nichts stehen. Mal sehen, ob es gut geht. Ich bin der Teufel. 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 Irgendwann. Ich bin doch hier und töte alles. Ich versuch's zumindest, ey. So, da bin ich wieder, die Kleine hatte Durst. Guckt euch den geilen Schuss an. Voll'n Gub. Gut, das war ja auch eine Distanz von knapp zwei Metern vielleicht. Da kommen noch mehr Zumbis. So. Der war zu niedrig, ne. Zu weit rechts. Der war getroffen, sehr schön. Da noch ein Stück höher. So. Oh, oh. Oh. Und von hinten dann erschlagen, ne? Ja, komm, der Wolf von hinten, oder so. So, du bist schon wieder komplett auf dem Heimweg, ne? Ich bin auf dem Weg zu dir so ein bisschen. Ach so. Ach, jetzt bin ich mir durchs Fahrrad gestiegen und jetzt sehe ich gleich den anderen Baumstumpf. Okay. Oh, da ist mal ganz gemütlich hierher. Oh, da drüben ist noch ein Baumstumpf. Hier drüben, es sieht aus, als wäre da ein Haus, oder so. Der Baumstumpf bringt nichts, oder Holz. Nehmen wir den da drüben mal noch mit. Dann gehen wir wieder zum Fahrrad zurück. Schade. Da ist ein Zombie, okay. Fahrrad liegt hier. Schade. Du bist... Ich steig das mal auf und dann... Auf dem Radar. In der Richtung bist du 160 Meter. Dann radeln wir einfach mal in die Richtung. Du brauchst doch gerade jemanden abzuschießen. Siehst schon. Ach so. Oh, dich das hier wegbewegt. Hier bist du. Da hinten ist ein Zombie. Ja, den habe ich auch gerade gesehen. Der ist gerade eben erst aufgetaucht. Ist er im Fahrrad eingepackt? Ja. Gut, mache ich es auch. Oh, ich treffe den Hasen, ne? Siehst du jetzt keinen Nickel dort? Ja, das sehe ich. Ich bin jetzt einfach hier. Jetzt habe ich einen Zombie erwischt. Mhh. Schade. Ja, da wollte es wieder weg. Ich war an dem hier drüben interessiert, an dem... gut. Ach, dann hobbel halt weg, du Hase. Das ist gut, was man ganz am Anfang der Karte hatte. Ach so, okay. Das Häschen kommt näher. Ah, Stück zu niedrig. Da ist noch ein halber Baumstumpf. Och, Mann. Da hinten ist noch einer. Baumhase oder Zombie? Baumstumpf. So, erwischt. Hase liegt. Gut. Und Hase bringt Fleisch. Zehn Fleisch. Ein Ei. So, du nimmst den Baumstumpf. Kommt, Zombie angelatscht. Deswegen meinte er, du nimmst den Baumstumpf. Ich komme schon mit dem Zombie. Ist ja süß, da liegt ein Toter. Eine Tote. Ist ja süß, da liegt ein Toter. Das ist ja süß, da 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 ist ja süß da ist ja süß, da ist ja süß 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 da ist ja sü